So. Piu. Lass mich raten, jetzt komm ich hier wahrscheinlich nicht mehr hoch, ne? Nee, super geil. Super geil. Zitterkammer entdeckt. Ach, hier ist er. Okay, gefunden. Au. Au. Wer hat mir hier in den Rücken geballert? Ach, krieg ich einfach mal hier so einen abgeschossen, oder was? Hier brauche ich schon so einen grünen Kreis. Jetzt bin ich hier runtergefallen. Die Karte ist scheiße. Ich komme hier nicht weiter. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich komme hier nicht mehr raus aus dem Untergrund. Oh shit. Oh shit. Dachte ich auch gerade, der töte mich. Hier ist gerade ein riesiger Wurm. Wieso kann ich den nicht angreifen? Ist das eine Animation, oder? Alleine kann ich den wahrscheinlich nicht besiegen können. Gerade eben können. Der Brunny gegen Riffreiter gehabt. Warum jetzt erst? Ich bin unter der Erde und ich habe das Problem, hier hoch rauszukommen. Weißt du was? Irgendwie kommt mir gerade eine Idee nach dem hier. Äh, nee. Zurück. Nee. Nee, 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 nee. Zurück. Garderobe. Das war doch hier rücken. Da. Ah. Irgendwie passt das ja besser dazu, ne? Ach so. Ab jetzt kostet es Transmutationsladung? Wie soll ich das denn jetzt verstehen? Okay, dann lass die erst erstmal weg. Kriegt man sowieso nachgeballert, die Dinger. Hier ist es nicht unnötig ausgeben, hier. Grauen, kannst du mich mal leiten? Ich habe den Weg nach draußen verloren. Ich laufe schon seit sieben Minuten hier unten im Untergrund herum und weiß nicht, wo ich hin muss. Ich gucke gerade ein Video. Ja. Du musst dich wieder mit den Rohren. Du musst dich mit den Rohren wieder schießen lassen, dann bist du auf dem Berg. Dann kannst du einfach weiter hochgehen. Naja, ich versuche ja irgendwas hochzuschießen, aber hier geht nichts. Da, wo wir am Anfang waren. Da bei dem Herz. Du, ich bin ganz unten. Ganz, ganz unten. Ja, genau. Hast du Wasser drin, als wir waren? Jaja, da, wo du unten sterben kannst. Da, wo Wasser ist. Da bin ich. Sind da Aufwände irgendwo? Also auf gut Deutsch, ich bin gerade mit dem Engel in der Hölle gelandet. Okay, nee, ich habe jetzt, ich habe was gefunden, womit ich rauskomme. Ich weiß, wo ich rauskomme, aber dazu brauche ich hier so eine Ranken-Dinger. Irgendwann kann ich auch so fliegen. So, jetzt muss ich hier innen rum. Wo ich gerade eben war. Und aufpassen, dass keine Gegner da sind, sonst war alles, ja toll. Es ist alles für die Cards. Ejo, ejo. Toll. Wozu denn noch das Ganze hier? Was ich jetzt noch versuchen kann, ist, hier oben mich hinzuschießen zu lassen. Ohne jetzt einen Gegner aufzuhetzen. Ohne den Gegner aufzuhetzen, habe ich gesagt. Toll. Hat mit genau nichts gebracht. Au, au. Ja. Da versuche ich mal Könnte in der Luft keine Bündel abwerfen Ja auch keine Bündel abwerfen Sehe ich aus wie ein Storch oder was So mal gucken Vielleicht komme ich auf der anderen Seite dieser Höllengrube raus Okay Marc warst du denn hier schon bei Balthasar? Ne Ich bin in einen Jumping 6000 Schaden In einen Rohr rein Und habe dann Irgendwie Bin dann irgendwo ganz anders gelandet Und habe keine Ahnung mehr Toi, jetzt bin ich zu nahe gegangen Ich soll jetzt irgendwie so ein Wächtergolem auf einem Golem-Friedhof finden Ich war bei diesem Naturgeist oben bei dem Vulkan Oh ich habe es endlich geschafft ey Ich bin eine Ich bin jetzt in die Mitte Mitteletage gelandet Gott was für eine schlimme Grube da unten Was ist denn das denn hier bitte? Sieht aus wie ein Ausgebot von Mordremors Ich bin ein Ausgebot von Mordremors Ich habe eine Vollzeitgeist Ich habe es Ich bin ein Ausgebot von Mordremors Und die Ja wie kommt man dahin wo ich hin will? Keine Ahnung Ah ich seh nichts ich bin blind Was ist denn das denn hier eigentlich? Oh ne das machen wir doch anders Was greifen mich da jetzt an? Taschenraptoren greifen mich an und machen Mords Schaden Okay ich habe gerade 4 von ihnen mit meinem Schwert gekillt Nicht schlecht Also früher hätten sie mir Probleme gemacht Oh hier ist eine Laylinie Wo führen mich die denn jetzt hin? Etwa zum Ziel? Oh ja geil cool Fahrstuhl Irgendwie Ne Das war der Mösenpunkt Ich bin noch nicht ganz am Ende hier Ich muss noch höher Was ist denn das eigentlich für ein Vulkan hier? Oh guck mal Buck Hier oben Das wird zu flimmern Aua Wo er alte Senke entdeckt Da hat aber jemand versucht irgendwie aus der Laylinie rauszukommen ne? Ich habe irgendwen gerade auf Tastaturhemmern hören Ja Ja ich war geschossen worden und das habe ich nicht Das habe ich gehört Ah hier sind Taucher Das war verzweifelt versucht Da kann man runterspringen Habe ich hier oben alles? Irgendwie erinnert mich diese Greifranke Irgendwie an den An den Glubschhunt aus Never the Night 1 Geronimo Hetz? Ne das brauche ich nicht Ich gehe im Kreis Ich habe keine Ahnung was ich mache Ich bin ganz unten im Wasser Und ich bin tot Viel Spaß Da kommst du nie wieder raus Warum bin ich gestorben? Was hat mich gekillt? War verbraucht Achso Hm Hm Ja Nein 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 Lass mich in Ruhe Ihr tötet mich Ich weiß wie der Charakter funktioniert Bei so vielen Leuten die da rumlaufen bringen die mich um Hä Ich werde die Wegmarke zur Sicherung haben Vorher bevor ich jetzt raufgehe Wegmarke wo alte Senke entdeckt Was meinst du? Die Marken sind echt das wichtigste auf dieser Karte Wenn man sich verlaufen hat einfach wieder hinten irgendwo hin portieren wo man weiß wo man ist Aha Jo Nu Kammer entdeckt Ok Gibt es auch eine später Kammer? Hä wie ging das denn von hier noch weiter? Ich sehe eine Beherrscherpunkt Ey hier ist falsch Warum spreche ich im Dialekt? Da kann man hoffen äh Ich denke die Söldner kann von Glocken aber Was? Da kann man trotzdem die Söldner kann von Glocken gibt Erfahrung Wovon redest du? Du bist direkt an mir vorbei an einem Event vorbeigemarschiert Das ist ein Event? Ja Dann komm ich wieder Oh ja Das hört sich gut an Oh Wow ich habe schon vier Fünftel Aussichtspunkt Ich habe einen Aussichtspunkt entdeckt Ich glaube da ist ein Gegner hinter mir Hier irgendwo über uns Das war noch ein Aussichtspunkt Ich habe keine Ahnung wo irgend wie man da hinkommt Oh komm da sind noch mehr Die Aussichtspunkte wissen ganz genau was sie filmen sollen Nämlich Scheiße Das war ein Spieler Kein Gegner So Ich werde den Beherrscherpunkt jetzt ganz gerne Weil der bringt mich nämlich einen Punkt näher an Italie Wo ist der? Könnte da oben sein Nochmal zoomen Oder auch nicht Ich werde angegriffen Wo fliegst du hin Mädel? Ihr Spinnen Bleibt mal lieber bei mir in der Nähe So Anstatt euch weg zu bewegen und dann wieder zurück zu rennen Nur damit mein Insta Sprung Fehlschlägt Mit dem ich ein Mistviecher So da will ich hin Ah der ist weiter oben Also noch weiter oben Ich bin doch eh wieder gleich angegriffen Äh ist gut Ich töte es lieber bevor es mich angreift Geil Statt Golemteile habe ich Gelähmtele gelesen Klingt ja auch cool Yeah Eingangsterminal Bringt mich das hin So Weißt du wie man da hochkommt? Taimi bist du das? Taimi warum bist du robotisiert worden? Ich gefällt mir nicht Direkt über uns ist ein äh Ein Aussichtspunkt Äh Das Event beginnt ja schon wieder Es hat gar eben schon begonnen Direkt über uns Er hat ein Verbrühter Schlund entdeckt Gedeckt Der ist in der Er haben hier dritten Etage Also wir müssen ganz Oh Jesus Na jetzt müssen wir hier den Berg hochkackseln Ich bin an der Ich bin ganz oben Beinah zumindest Krass das geht Okay Frei mich auf jemanden hier unten Achso dann muss man wahrscheinlich wieder aufwenden Zu den Ente hin Noch weiter oben? Ja What the fuck? Wie weit soll ich denn noch hoch um da oben hin zu kommen? Da also okay Da ist ein Aufwenden Also Soll ich das riskieren? Gehe ich weiter nach links lang würde ich sagen Und dann gehe ich links rum und dann hoch und rechts Und dann gucken ob ich da hin komme wo ich hin will Ja ich weiß ich mach grad nen Alleingang Aber es liegt auch daran weil wir uns alle schon von vornherein getrennt haben Huch Äh hier ist nichts texturiert ich kann einfach durchlaufen Euch ist natürlich klar Das weiter sah und wahrscheinlich die Lägen fallen lassen Euch ist natürlich klar Das Ja Ja Waffe 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 Also ich finde den Klassiker von den Minecraft Villager immer noch am besten B Du wagst es mich zu fesseln Aber die Reichweite meines Schwertes ist größer Oh, kacke Syltanerlager entdeckt Ja, wenn man ein Syltanerlager entdeckt ist, ist es wirklich kacke Boom Oh, wer ist auch hier drauf reingefallen Hier ist eine Leiter, die nach oben geht Du kannst in dem Spiel keine Leitern hochklettern Aber instinktiv wollte ich gerade hochklettern Wo bin ich denn hier gelandet, ey Das sieht aus wie ein Fallout 4 hier Und doch scheint das Hochhofen des Wurms entdeckt Richtig zu sein Apropos Wurm Ich habe Let's Play Urlaub Und ich habe bei Scheiß Haare hier Und ich habe bei Ab No Man's Sky wieder angefangen Und war dann auf so einem Giftplanet Das muss ich mal loswerden hier War auf so einem Giftplanet Unterwegs, um was zu suchen, ne Also eine Quest zu suchen und zu verfolgen Und plötzlich bebte die Erde Und ein riesiger, riesiger Wurm Fluch quer über den Berg rüber Das Ding ist unbesiegbar In meinen Augen Also so ein Titan So ein Planetentitan Also so ein riesiger Wurm Wie, keine Ahnung Also verhältnismäßig noch größer Als der Wurm, den ihr in Final Fantasy 10 mal gesehen habt Wenn ihr das Spiel jemals gespielt habt Ich weiß nicht, wo man Riesenwürmer noch sehen kann Sandsteinbeckbogengang entdeckt Ne, aber Fakt ist Das Ding hat mir eine Scheißangst verursacht Weil es so unmaß riesig war So, wo ist, wo ist das jetzt Immer noch, noch weiter höher Halleluja Hey, wie kommt man da hin, ey Guild Wars Wie hoch möchtest du das noch setzen? Ah, ja Lautet seine Antwort Keine Ahnung, woher der Meme kommt Äh, aber Den lese ich so oft Hat in anderen Ausführungen Ich hab's erstmal abgeendet Ich will mal da hin Stirb, Kreatur Stirb Ja, die Reise geht weiter 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 Auf